Hallo meine lieben Gäste, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, dürfen wir ab dem 25.05. wieder aufmachen. Das heißt, dass das Gozum, Ramen Kado und das Dumpfo wieder für euch da sein werden. Allerdings nur so halb. Wir sind noch weit vom früheren Restaurantalltag entfernt, aber wir geben unser Bestes, um einfach das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben die Zeit auch gut genutzt. Wir haben nämlich an unserem Hygienekonzept gearbeitet und auch einige interne Umstrukturierungen vorgenommen, um euch jetzt in der Nachquarantänezeit einfach den bestmöglichen Ablauf gewährleisten können. Ja, und hierzu gleich die erste gute Nachricht, das Ramen Kado und das Dumpfo werden zusammengelegt. Das heißt, egal wo ihr sitzt, ihr könnt aus einer Speisekarte bestellen. Die Krise hat also nicht nur uns kreativer gemacht und uns zusammengeschweißt, sondern auch wortwörtlich unsere Restaurantkonzepte zusammengeschweißt. Die zweite gute Nachricht ist, wir werden unseren Lieferdienst beibehalten. Allerdings müssen wir unsere Liefertelefonzeiten einschränken. Die wären dann von 10.30 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 18 Uhr. Das ist wichtig, damit wir unseren Gästen im Haus und unseren Außerhausgästen den bestmöglichen Service bieten können. In der Rush-Or müssen wir uns erstmal um die lieben Gäste vor Ort kümmern und können in der Zeit eben keine telefonischen Bestellungen mehr annehmen. Die dritte Nachricht ist, wir dürfen wieder Reservierungen aufnehmen. Da wir nur begrenzte Tische haben, sind Reservierungen natürlich sehr erwünscht. Und ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr gleich mitfragt, ob eure Arbeitskollegen, eure Familie oder eure Freunde, die sowieso vielleicht bei uns essen wollten, gleich mitfragt, ob sie gleich mitreservieren möchten. Dann können wir euch gleich zusammenlegen und wir können einfach besser organisieren. Und zu guter Letzt, wir kümmern uns um alle Hygienemaßnahmen vor Ort. Es gibt genug Seifenspender, Eimerhandtücher und Desinfektionsmittel. Das Einzige, woran ihr denken müsst, sind eure Mundschutzmasken. Ja, und dann steht unserem baldigen Wiedersehen eigentlich auch nichts mehr im Weg. Und bis dahin, gebt auf euch Acht und bleibt gesund. Und auf Social Media werden wir euch immer darüber updaten. Also bleibt auf dem Laufenden.